So, da sind wir wieder, da sind wir wieder, hoffe ich zumindest. Du musst eh in die Party kommen. Achso, oh shit. Romano, ja dann warte mal, da muss ich noch was umbauen. Spiele einladen, Andi, zack, so, da hat er eine Einladung bekommen, der Lümmel, haha. Bitte sperr Bene aus, schreibt die Thymus, das ist aber nicht so nett, was ist denn da los? Jo, gönne, Thymus, geht keiner lieber raus, muss ich da mal ganz klar sagen, ne, Kollege. Da geht kein lieber raus. Leider nein, leider gar nicht. Wir sind jetzt on stream. Gleich zumindest, ne? So, dann testen wir erstmal, gehen wir mal rüber auf Main. So, in der Theorie, jo, da unten kommt doch schon was an, dann geh ich da mal in eure Party rein, dann hört man ihn auch, also noch hört man dich nicht. Hier wird jetzt gepubgeet, gepubbelt. Den Download sollst du nicht ausmachen. Ne, es kopiert nur noch. Es ist kein Download mehr. So, dreh dich doch grad mal bei, wen soll ich jetzt mal an Schienbein treten? Ne, du musst die runter machen. Jawohl. Kann ich schon machen. Das heißt. Hi Andy. Gude. Pille. Lange nix mehr gehört. Mhm. Trotzdem wieder erhört. Wieder erkannt. Leider, Gottes und so, ne? Ah, fühl mich erstrotten, Alter. Ach du Scheiße. Womit? Entschuldigung. Aber mein Name ist Andy. Ich heiße nicht Vanessa. Nenn mich nicht so. Okay. Also ich bin im Spiel. Irgendwie seid ihr nicht da. Was ist denn los mit euch? Was? Wir sind doch schon im Spiel. Warum habt ihr mich nicht im Spiel eingeladen? Ja, gut. Hier ist die Rechnung übrigens. Ich schick's dir an. 3000 Euro. Ja, 214 Euro ist okay. Mehrwertsteuer, du weißt. So. Mehrwertsteuer, ich weiß. Zack. Ich schreib dem, dass morgen überwiesen wird, ja. Mach das. Jetzt bin ich ja auch auf eurem Spielball getreten, oder wie sieht das aus? Okay. Ich würd sagen... Hast du gehört? Let's go. Ich sag dem schon morgen überwiesen. Ja, mach das. Mach den Spielton ein bisschen leiser, dann hörst du mich auch. Okay. Jungs und Mädels, let's go. Drücken wir mal rein, oder? Äh, Bene, Bene. Ja. Denk bitte an Dreimann, ne? Dreimann gegen alle, meinste? Dreimann gegen vier Mann spielen wir? Können wir auch spielen. Ja. Kriegst du auch Dreimann-Squad? Dreimann-Squad, ja? Ja. Ja, Dreimann. Let's go, der Hase. Andi, drückst du auch bereit, oder hast du keinen Bock? Ich seh nicht wo. Ich kann nicht bereit drücken. Ich seh nicht hin mit Glatze, Alter. Ne Pusse mit Glatze. Ne Pusse mit Glatze. Ich möchte nicht gesehen werden. Hut, Hut. Morgen ist schwierig. Moin, Friedrich. Ich bin morgen nicht da. Sonntag. Sonntag wieder am Stisse. Du bist bei deiner Frau im Bett und sagst, streiche mir immer die Haare und du gehst irgendwie gestoppeln. Frau mit Glatze. Hast du den Bock noch nicht? Oh, wie Äppel. Äppel gegen Kopf, ja. Sagt der, der gleich die ersten Headshots kriegt, weil man die Haare sieht? Erstmal hier dem Kollegen ein paar Äppel gegen Kopf werfen. Jetzt muss ich erstmal hier, wie funktioniert das Spiel wieder auf der Konsole? Jetzt muss ich erstmal wieder üben. Was hat er denn hier auf? Warum haben Sie eine Maske auf? Und warum liegt hier Stroh? Okay, verstehe. Hallo? Hallo, junger Mann. Warum haben Sie eine Maske auf? Hallo? Entschuldigung. Wo laufen Sie denn hin? Bleiben Sie mal hier. Ja, moin. Da wechsle ich den Spiel. Hallo. Junge Dame. Haben Sie Lust auf einen Appel? Hallo, nicht weglaufen. Hallo. Möchten Sie einen Apfel? Hier. Nein, ich möchte keinen Apfel. Du nimmst den Apfel jetzt. Nimmst den Apfel an. Haben wir Vorsitz für das Jahr 2019? Ja. Reich werden. Das wäre geil. Springen wir Query, wa? Ja, Query ist toll. Andi, Query. Query Maneri. Oh, Andi, du bist ganz falsch. Wir springen Query. Weißt du, wo das ist? Er ignoriert das. Naja, der Andi wird schon mehr. Ich hab's probiert. Er fliegt halt immer noch so. Ja, ich bin raus. Ich muss los. Wo muss ich hin? So. Muss los, Bruder Nasenbluten. Mio. Mio. Wann hast du Vorsätze, Friedrich, für das neue Jahr? Warum nennst du mich Friedrich? Ich rede mit dem Chat. Entschuldigung, Bro. Ach so. Ach ja, ihr seid ja leid. Ja. Ich denk mich schon, warum nennst du mich Friedrich? Zweimal kannst du überlegen. Vielleicht auch dreimal. Kannst du mal Proben rumhauen, oder? Nein. Nein. Denkt er, wenn man da oben drauf landet, stirbt man nur beim Runterfallen. Da oben werden keine Waffen drauf sein oder so, ne? Vielleicht doch. Kannst du das probieren? Probier's nicht aus, ich will nicht sterben beim Runterfallen. Bei mir ruckelt das Spiel schon mal ganz gut. Hui. Ich brauch auf jeden Fall erstmal nen Hut. Boah, nice, wie spät's erst lädt. Da brauchst du gar nicht erst hin, das ist mir. Danke. Ich hab das meiste genommen. Hab ich gesehen. Bei mir liegt nur ne Waffe. Bei mir liegt nur ne Waffe. Ja? Sehr toll. Entschuldigung. Was ist das? Ah. Oh. Hallo, was bist du denn? Ja, ich verstehe. Praktisch Lasse, Alter. Ich bin schon mal mit dich zufrieden. Nee, Digga. Oh, ich schaß ein. Hier wäre noch nicht. Ich würde sagen, nachladen wäre ganz gut. Bei mir liegt 2er Beste. Ich lasse die 3er, okay? Ja, moin. Ja, ich hab dafür einfach die 2er genommen. Geh dich nach oben, sag mal, wenn er braucht. Pille? Ja? Ja. Das ist mein Visier. Das war links. Sind doch die Moni da oben drauf. Ja, vor allem nehme ich hier die Vector. Nein, bitte nicht, Andi. Warum nicht? Die Vector kann einfach gar nichts. Das stimmt so nicht. Frag Bene, der hat die Vector ausprobiert. Hier sind 2 Helme. Also, ich hab das Spiel auch lange Zeit gespielt, ne? Ich bin nicht ganz... Auf Playstation ist die Vector richtig unbalanced. Das ist dasselbe Spiel. Ja, aber es ist hier richtig unbalanced. Glaub mir. Das ist dasselbe Spiel? Naja, ihr wirst ja merken. Lass ihn halt. Es ist halt Andi. Oh, Cubic. Das ist meine Waffe hier. Moin. Hör damit. Danke. Okay. Jetzt hast du mir aber das... Hier ist noch eine Zweier Weste. Aber ich hätte gerne noch das Visier gehabt. Das wäre gut gewesen. Ähm, wie wechsle ich hier die Schussmodi? Aufsteiger Kreuz. Falteste links. Macht Sinn. Wo ist jetzt der Hut? Hier bei mir Cubicou. Ich hab schon eine Cubicou. Cubicou auch schon. Du hast schon was? Da liegen auch ganz viele Cubicou. Achso. Ich brauche noch einen Hut. Ja, ein Visier wäre gut. Ein Visier würde ich nehmen. Polizei Weststube 2 ist gut, ja? Ey, wie viele hier von rumliegen? Das muss ich sagen. Ne, mit Holo will ich... Jetzt kannst du mir grad fortbleiben mit. Oder eine Zweier Weste? Oh, eine Dreier Weste. Ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Zweier Weste ist noch hier. Dann kommen wir zu uns. Ich schraub mir kurz für den Helm hinten rein, dann komm ich. Wo ist denn die Weste, Romano? Hier hinten bei mir. Oh, da kamen auch Shots an, ja? Irgendwo. Ja, ein Visier wäre gut gewesen. Ich hab noch eins, wenn du das. Wir laufen hier rum und interessieren uns nicht mal für die. Die Schüsse sind da. Ja. Wo? Jetzt wollen sie auf jeden Fall. Backenfutter von 3,20. Oben an der Mauerbeene. Mhm. Ja, die umlaufen uns auch, ne? 3,45 sehe ich jetzt auch. Links? Gehen die links oder rechts rum? Ich hab einmal getroffen. Hier oben ist keine gute Idee. Wir müssen hier weg. Oh, ich hab den böse gefressen, Alter. Papao, mein Freund. Der hat, glaub ich, grad was ganz fieses von mir passiert, der Kamerad. Von rechts, von rechts, hier unten ist schon Team. Ja, ja, ich seh schon. Auf 30. Die werden uns gleich nochmal laufen, ne? Relativ close vor mir. Oben, oben drauf. Einer ist rechts hinter dem Berg gelaufen, Bene. Pass auf. Oh. Ah, ich hab grad ein fieses Teil kassiert, aber ich hab auch fies gegeben. Ich hab noch 1 HP oder so. Ich hab nichts zum Heilen. Doch, hab ich. Ist gelogen. Über mir ist der. Über mir ist der. Oh, fuck. Nicht gesehen. Über dir? Jo, direkt über mir. Ja, da haben wir jetzt schon ein Problem, aber hier ist auch einer oben drauf. Einer ist close bei mir, Bene. Ja, hier bei mir. Vor mir direkt. Vor mir direkt. Ja, hinter mir oder so. Keine Ahnung. Hinter mir oder so. Keine Ahnung. Hinter dir. Romano. Ah, ich hab Einzelschutz. Hallo, Domme. Hallo, Domme. Das. Man hört dich im Stream. So. Das erste Einspielen. Fuck, man. Okay, bitte. Das erste Mal einspielen. Lädst du den Profi ein? In die Party oder wohin? Auch. Partys offen. Ja, aber der sieht die Partys nicht, keine Ahnung. Kann gar nicht sein. Ich weiß nicht, ob ich ihn einladen muss, weil er die Partys nicht halt. Ist das zu blöd? Gibt es einfach nicht genug an. In welchem ACC ist es nur online? Äh. Eben, warte, ich guck mal. Ich guck mal. Warte. Ähm. Andi, hast du schon die Steuerung umgeändert von Steuerungstyp A auf Steuerungstyp B? Ne, was heißt das? Hallo und herzlich willkommen. Dann... Hallo, du bist live im Stream zu hören. Nur als... Ach, moin. Dann hast du diesen Schulterblick nicht mehr. Das heißt, wenn du aimst, geht er halt direkt ins Aim durchs Visier. Ja, das hab ich auch gemacht. Das AB einfach, genau. Dass man nicht kurz drückt, sondern gedrückt halten kann? Ja, genau. Mehr passiert nicht? Nö. Weit. Sonst ändert sich überhaupt nichts. Das ist halt einfach nur, wenn du ins Elm gehst, guck der halt nicht mehr über die Schulter. Und du musst halt... Bei A musst du halt doppel aim drücken, damit der halt ins normale Elm geht, weißt du? Und das hast du dann nicht mehr. Sollte leichter sein, glaube ich. Okay. Hab ich mal geändert. Let's go. Da ist aber einer willig. Ja, jawohl. Den hast du. Let's go, der Hase. Immer mitten in die... Ihr wisst schon. Guck. Versteh ich nicht. Ja. Überreite die Olga. Auch das. Hat der Papa-Bär schon... Droppy, ich hab vorhin Solo gemacht. Hab QBZ gefunden. Und ne AWM. Ja, ne Dingels. Endlich 20 Minuten. Ich hatte AWM, hatte ich vorhin. Hab ich auf den Drop gezogen. Ich hatte vorhin Durst. Und dann hat die Zorn in mich getötet. Aber ich hab was getan. Nö. Echt nicht. Warum bin ich tot? Es war so geil. Er hat mich auch geholen. Hallo. Hallo Frau Hunter. Wollen Sie einen Appel? Da. Ich hab mich in dem Moment so hart aufgedeckt. Mir das glaubst du gar nicht. Ein Appel für den Appel. Von welchem Andi ist eigentlich grad die ganze Zeit die Rede? Hä? Ich hör die ganze Zeit Andi. Andi. Krass. Droppy. Ich hab eben die ganze Zeit was anderes gehört. Ja. Wohin? Egal. Quarry oder was? Ne. Lass was cooles machen. Also ich find grad diese Dinge hier immer ganz cool. Camp Charlie. Dann gehen wir mal hier hin. Komm lang in Lakavi. Lakavi hier. Da hinten hier wo die Sahne wohnt. Die Sahne wohnt da bei mir Bene das weißt du. Mensch mal was cooles alles. Bene da bin ich mal mit dem dicken Basti runtergesprungen. Ja moin. Da stand der auf diesem Steg oben drauf ne. Ist so schön am looten. Um ihn herum laufen einfach drei Gegner und der reißt einfach nicht. Sonst schreit er einfach. Ah Pille die sind bei mir. Also alles wie gehabt oder was? Voll egal. Ja. Klassischer Basti halt. Äh Basti. Das hast du gesagt. Ne 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 ne. Der hatte gestern Geburtstag ne? Echt? Ja. Gleich jetzt verstanden. Ja. Hab ich auch schon gemacht heute. Na moin. Äh entweder geht das eine Team unter uns ins kleine Dorf oder kommt mit zu uns. Na dann sollen sie doch. Wenn die mitkommen dann ist das doch geil. Dann können wir denen mal hallo sagen. Haben auch nen Steg. Da gibt's auf jeden Fall ne Waffe und dann gib ihm. Oh hier kommen auch ein paar mehr mit. Ja moin. Hier ist sie gleich Wupps im Maus. Dropping. Ich hoffe du hast hier Open End vorgenommen ne? Ja klar. Ich hab wie gesagt ich hab auch gepennt. Hier liegen zwei Waffen direkt. Oh lol. Ich hab gepennt und ich bin auch nur wach geworden weil. Ähm. Martin mich angerufen hat. Zwei mal Kaliber 12 hier. Jetzt geht's aber rum. Ok. Ich weiß zwar nicht wer Martin ist. Aber hat Martin den Clan noch? Nein. Mein Clan ist uns. Genau. Ok. Er schießt schon auf den ersten. Name Dropping im Stream sind noch gut. Ich hab nen Energy Stream. Hey die sind hier überall bei mir ne? Wo seid ihr denn? Töte den. Ihr seid lustig. Ich hab noch nicht mal ne Waffe Digger. Ja. Ich bin da. Ja geil. Ich auch. Ach. Warum, warum, können wir kurz erklären warum wir alle so getrennt voneinander landen? Weil's vielleicht nicht so einfach ist zu fliegen. Ich frag nur. Ja. Ok. So ein Squad, der ist ja der Vorteil wenn wir im Squad sind. Ok. Dropping zwei Kugeln. Ja. Sauber Bene. Vor mir ist noch einer Bene. Ach das ist denn eine Bene? Ich hab mir gar nichts gemacht Digger. Haha. Ich hab grad ne Waffe erst gefunden. Ich hab grad ne Shotgun aufgehoben. Ok. Aber erst danke dass du mich lobst. Ich liege. Ja ich würd auch kommen. Kannst dich da saugen? Wo bist du? Warte. Komm mal. Ich hol mal den Andi. Da war ja wieder klar dass die zwei sich gegen uns verschwören oder Penn? Ja Hammer ne. Jetzt müssen wir was wir gleich machen. Oh. Na ja. Was heißt jetzt die zwei sich gegen euch verschwören? Na ja. Ist ok. Ja. Was? Also. Seid ihr auch beide dort oder was? Ich seh's nicht. Da ist ein Medikid vor dir. Kannst ihn nehmen. Ja erste Runde. Ich muss ja von Rainbow Guard erstmal wieder umschwenken. Bene du bist gerade an ner Waffe vorbei gerannt aber ok. Bene 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 Bene. Da liegt ne Waffe vor dir. Geh rechts rechts. Geh wieder zurück. Geh wieder zurück. Links. Vor dir. Vor dir. Vor dir. Da kommt ein eingerammt Bene. Wo? Ich seh. Ach da. Hinterm Haus. Ach ja. An der Hütte. Ja ja. Kein Sinn. Also ich muss sagen bei mir spawnen auch die ganzen Typen und sowas viel zu spät. Ist krass. Ja moin. Das ist Bene. Hast du den? Dann hol mich Bene. Ich bin. Oh. Erstmal totschießen. Ich hab nicht mehr viel. Erstmal weggemetzelt. Ja aber hier ist halt noch ein anderer Gegner Digga. Ja. Andi kriegt doch voll Stress durch. Nee ist einfach. Ja aber da war ja nix mehr. Oh jetzt muss ich erstmal jemanden durchsuchen. Weil die anderen sind ja auch noch hier ne. Ja aber auf jeden Fall nicht alle die da getötet haben. Nee der eine Dude war ja auch gerade nur genocht. Der hat nichts. Der Klassiker. Wie bei uns vorhin Droppi alter. Sechs Leute getötet sind. Keiner von denen hatte irgendwas. Ich kann mich nicht heilen und gar nix. Ich hab hier Energy und Verband für dich. Komm her. Also ich muss sagen das war nicht gut auf diesen Modus zu wechseln mit der Waffe. Das finde ich komplett bescheuert. Komm her. Hier Energy und Verband. So viel musst du Milch geben. Danke. Mach ich. Wir sind noch in der Zone. Erstmal gucken. Ob man hier. Irgendwo ist ja noch ein Dude auf jeden Fall. Mindestens einer. Wie viel hast du erschossen Romano? Einen. Ich auch. Der, der Luke. Drei. QD. Oh. Damit kommt es jetzt nicht so weit. Aber Gott. Ich muss hier mal gucken hier. Ich wollte gerade sagen. Nichts für Pumpe Junge. Mach die Embrane Banane. Falsche Muni gehen. Ja. Einfach mal mitgenommen. Zeige ich mich jetzt offen? Irgendwann muss ich es machen. Hm. Ich habe einfach nur eine Schrotflinte gefunden. Die Stege sind halt der Hammer. Deswegen lande ich hier ganz gern. Alvester. Rotfunk Visier. Nice. Ich nehme die Kohle und alles andere. auch an. Beene nimmt einfach jeden Muni-Typ mit. Kannst du alles irgendwann gebrauchen. Auch hier. Ein Kaki. Dann würde ich an deiner Stelle von der Schrotflinte die Utzi wechseln. Ich habe ein Kaki gemacht. Lecker Beene. Was ist jetzt? Ich will den Helm. Helm ist bei mir hier. Warum seid ihr jetzt eigentlich schon tot? Ihr könnt uns aber Tipps geben, oder? Einer guckt beim Beene, einer bei mir. Und dann helft er uns. Bin ich hier gerade rüber gelatscht, jo. Helm. Hier bei mir. Wenn ihr Helm seht. Hier bei mir. Okay. Okay. Ich dachte du redest. Ich komme zu dir. Gern die Muni mitnehmen. Du kannst noch Options drücken. Dann kannst du sie bei Menü in dein Inventar packen. Jo. I know. Mag ich noch nicht. No Aim Hunter. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ich wünsche erstmal mal eigene Maid Lair hier. Erstmal den Mantel anziehen. Ja. Das ist natürlich wichtig. Ey. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Der Babamantel. Er zieht's halt durch. Er zieht's durch. Du weißt Bruder. Ich habe dir gesagt. Ich stehe auf den Mantel, Alter. SLR. Ist das ein gutes Gewehr? Ja. Das ist ein Remi-Auto. Er hat automatisch. Also wenn ihr Bock habt. Also wenn ihr Bock habt. Der gleiche Monotyp wie der Barrel, ne? Normal. Wir müssen langsam los, ne? Die M416 nehmen. Die ist 556. Ja. Genau. Warte mal. Ich kann ja irgendwas rausschmeißen. Ja. Ich habe ja auch noch was. Wie weit müssen wir denn? Ja. Wir müssen ein Stückchen laufen, aber nicht weit werden. Ja. Ihr habt auch noch 1,20. Ja. Ja. Andi, hast du noch Painkiller oder einen Energy? Ich habe noch einen Energy für Andi. Ja. Andi, geh mal vor dir den Steg hoch. Ja. Dann ich mit freier Helm. Ja. Du musst noch nachladen, Bene. Ja. Aber der Mantel gefällt mir. Schön. Schön. Habe ich mir hier was Schönes gegönnt hier. Guck mal, hier sieht auch richtig gut aus. Junge! Mal richten, ich bin auf PS4-Adalux. Äh, Bene. Geh jetzt auch mal hier den Steg hoch. Hier liegen noch 30 Schuss 556. Guck mal, da hatte ich das alles gemerkt, der gute Mann. Die Waffe ist auch gut hier. Das Magazin kannst du auch nehmen. Verbände auch. Hast du eine Vestel? Alle gucken sie dem Bene zu. Die reden nicht mit mir. Die reden mit dir. In einem Holo, ja. Die packst du auf die AKM. Äh, auf die Berry. Das läuft doch. So Bene, ansonsten würde ich sagen, let's go. Hast du gehört? Die reden mit dir die ganze Zeit, ne? Nicht mit mir. Die reden mit dir. Die reden mit dir? Du bist auf dem Steg. Ich bin schon weit weg vom Steg. Was soll ich machen? Das Solo-Side kannst du auf die Barrel machen. Da lag auch vorher noch ein Magazin auf dem Steg. Äh, ich glaub schnell ziehen war das. Kannst du... Oh, ich kann hier auf der Konsole nicht so viel erkennen, muss ich sagen. Also, es lädt alles wesentlich später, als ich's gewohnt bin. Also bei mir ist schon alles gelaufen. Ja, du hast aber auch die Pro, ne? Das kannst du ja nehmen, Alter. Nein, ich hab die Standard. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Okay. Noch ein Stück. Lauf, lauf. Also ich kann bei der Xbox weiter sehen als das hier. Auch weiter erkennen. Das kannst du auch noch raufauen. Aber da hab ich halt auch die X. Xbox... Das stimmt nicht. Xbox... Das ist echt... Ihr seid ja ganz schön eingefahren. Du doch auch! Ich spiele alle Konsolen. Ich besitze alle Konsolen. Ja, ich mach da auch alles. Entschuldigung. Also ne, bin ich nicht. Ich hab auch für jede Geld bezahlt. Bene, wechsel mal die Waffe. Ja. Das siehst du. Lad noch mal nach. Ich vergleiche. Das ist der Unterschied. Verstehe. Hast du auch schon Feuermodus angestellt? Dauer. Oh, danke dafür. Dauer weg. Bewegt euch lieber in die Zone. Ja. Bene, ich warte auf dich. Bene, wenn du Dreiecke drückt hältst, dann steckst du die Waffe weg und kannst schneller sprinten. Ja, moin. Das weiß ich da natürlich. Und Bene, wenn du kurz stehen bleibst und Doppel L3 drückst, rennt er automatisch. Autopilot. Das gefällt mir aber nicht so gut. Bene, die Zone. Du musst laufen. Scheiß auf Handy. Kannst du meiner Frau ja mal erzählen. Ja. Sag ich ja. Dann kommt das Weibchen mal kurz vorbeigefahren. Sag ich ihr. Keine Probleme. Dann gibts mal kurz Match-Helle, Alter. Wie gefällt dir eigentlich noch ein Mantel an, die? Ja, den zieh ich auch immer sofort an, wenn ich ihn finde. Das gibt gleich ein Team. Erstmal den Dude genudelt. Ja. 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 Digga. Ich stand in dieser Hütte. Ich hab vor... Also... Ich stelle in der Afghada gestanden. Das ist ein gutes Stück, was wir laufen müssen. Ich hab das nicht gereilt. Da müssen wir ein ganzes Stück laufen. Ja, das war... Ja, das war... Dann wollen wir jetzt erstmal einen Chicken-Genal. Ja, zu zweit. Erstmal ganz easy. Gegen Squats. Easy peasy. Easy Chicken-Genal. Ja, leben nur noch 38. Also, das ist ja easy. Naja. Easy Elo. Wir warten, bis wir alle gegenseitig eliminieren. Und dann den Letzten macht einen Headshot. Der Letzte macht bei dir einen Headshot. Hä? Was? Hä? Was? Der Letzte Kill wird mit der Fanny gemacht. Das wisst ihr, ne? Da bin ich dabei. Ich hab nur diesmal keine. Ihr habt nur beide keine. Eben hatte ich eine. Da wurde ich weggeholt. Ich schaue den in der Mandel-Tot. Achso, wenn ihr einen mit der Pfanne tötet, kriegt ihr eine Trophäe, by the way. Eine Trophäe, ne? Ja. So, also wir sind hier ziemlich offenes Feld. Also hier durchlaufen fände ich irgendwie ungeil. Warum? Außenrum vorbei. Äh, Bene, hast du noch Schuhe an? Ja. Drück mal Option. Ja, zieh die Schuhe aus, dann sind deine Schritte nicht so laut. Mano, dann kriegt ihr mal dreckige Füße. Ja, Mensch. Man, Mensch. Das ist eine, was du willst. Das ist eine, was du willst. Unfassbar. Dreckige Füße kriege ich jetzt. Hast du das gehört? Ich soll die Schuhe ausziehen. Bist du jetzt der Stinkefuß? Ja, jetzt gleich schon. Ich laufe gerade durch Dreck. Pfui. Bäh. Ich hab ihn gleich voll Dreck. Ich hab ihn gleich voll Dreck. Ich hab ihn gleich voll Dreck. Lässt du mich für die Schiefer zu sprinten? Hast du auch keine Schuhe an, Andi? Nee. Nee. Ah, das ist wieder euer Trick. Trip 17, ne? Ja, du erkennst vor allem deine Teammates besser. Das aber inzwischen, glaub ich, alle machen. Ey, es leben immer noch 38. Also irgendwie sieht sich keiner, der Spieler. Ich hab das Gefühl... Also 36 Gegner noch, ne? Ich steck mich hier. Und sehen die jetzt gleich als nächstes. Oben am Hill. Die Fighten oben am Hill. Links von euch Karschhoff. Auf mich, Aui! Auf. Ich muss los. Oh oh. Versuch den zu spotten und renn nicht wie bei Arten weg. Doch, Mann. Ich hab voll deine Kassiert, Digga. Ich muss erstmal hier am Midi nehmen, Alter. Von S irgendwo, 175. Voll wehgetan, das Arschloch. Erstmal Energy Trink reinfahren. Alles. Energy Trink, Schmerzmittel, alles reindrücken. Nein, Jolga. Schnappel dir alles rein. Gesehen, ha? Schmuck. Jo. Hast du den gefunden? Wo ist denn der Sack? 155. Rechts war noch einer, Andi. Hinter dem Baum, äh, hinter dem Schwein hier. Der ist jetzt rüber rotiert auf 215, Andi. Die Zone kommt halt jetzt auch. Die müssen laufen. Ihr müsst weitermoven. Das wissen dem. Wer rennt da hinten? Oh, sie haben getroffen. Komm, Bene. Oh, wieder getroffen. Ja, Moin. Ja, Moin. Ja, Moin. Hab ihn, ausgenockt. Ja, geil. Lauf, 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 die Zone. Soll zur Hölle fahren. Ich sag ja, Chicken Dinner. Rechts von uns. Fuck. Oh Gott. Die sind raus. Renn, 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 renn. Geht in die Zone und nimmt die Steine als Deckung. Dann fangt ihr die am Zonenrand ab. Oh, ich bin zu fett. Ich steck die Waffe weg. Hier ins Haus, Andi, komm. Ne, ich würde sie holen. Hä? Die müssen doch jetzt durch die Zone kommen. Doch, seh ich's. Links von euch ein gelooteter Airdrop, ne? Haha, aber ich seh nix. Nice, Andi. Schönes Ding. Sind die alle tot oder was? Ich hab keinen gesehen, Digga. Ja, jetzt werd ich gefinisht. Von hinter uns. Hinter euch. Au, au, au. Ich seh leider nicht wo. Oben aufm Berg. Hill, 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 hill. Hill, hill, hill. Ja, ich seh ihn jetzt auch. Ich werde auch noch woanders geschossen. Shit. Habt ihr hier oben aufm Hill getroffen? Links aus dem Dorf. Links aus dem Dorf kommen auch noch Schiffe. Das war ein Flashbang. Hahaha. Muss. Muss wieder heilen, glaub ich. Ich kann mich nicht heilen, ich hab nichts zu heilen. Ja, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst move'n. Ja, ich renne jetzt auch. Bene, kommst du mit? Ja. Ich komm auch, wenn ich hier gerade. Zack. Aufstehen. Versucht am besten direkt oben den Hang hoch zu kommen, ne? Ja, das Problem ist, ich brauch auf jeden Fall. Ich hab Verbände, Digga. Ja, aber Verbände reichen nicht. Ich brauch auf jeden Fall Medikit. Ja, ich hab auch Schmerzmittel für dich. Ich muss jetzt hier kurz in das Haus. Wenn da nicht schon einer wohnt. Ja, vielleicht. Oh, aua! Schwein. K von hinten. Ich weiß wo. Da um. Geh'n Stück weiter zurück, geh'n Stück weiter zurück. Weil dann hebt er die Waffe nicht immer vorte. Da sind zwei, aber da sind zwei. Ja, er steht offen. Der steht offen. Einen haben wir gelegt, aber... Die gehen nicht zusammen. Nein, ein anderer war da noch. Auch oben am Baum. Ja, ich weiß nicht. Zwei. Fuck. 170. Ich bin einfach zu schlecht. Ich treffe ihn nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ich gut auf ihn gezielt hab. Die sind schon weiter rechts, Bene. Die sind schon weiter rechts. Ja, du musst doch auf den Bullet Drop aufpassen. Boah, Schock, Bene. Soll ich dir jetzt was kloppen hier, oder was? Ja, bitte. Klaus rechts von euch. Im Dorf bei euch in der Nähe direkt. Lang, lang, danke. Muss jetzt mal irgendwas nennen. Weißt du? Der hat grad Korbel die Flasch geholt. Hast du selber noch ein bisschen was? Oder hast du jetzt alles gedroppt? Ich hab dir alles gegeben. Alter. Ist nicht Sinn und Zweck. Ich brauch Munition. Aber es läuft doch bisher. 16 am Leben, zweite Spiel. Ich brauch Muni, Digga. Welche Muni? Gib mal Siebener oder... Ja, Siebener wär besser. Siebener hab ich. 38 Schuss, viel mehr hab ich leider auch nicht. Hast du schon gedroppt? Sofort. Das nimmt noch. Jetzt. Das muss ich aufpassen. Ich renne ins nächste Haus. Da war eine fiese Waffe grad zu hören. Hier liegen zwei Leute. Da ist eine FLR, die da ballert. 5 am Mun hatte der. Da war's für mich drin. Binge macht vielleicht noch Rainbow Six Leute. No more, Bruder. Fittet aber auch, wenn einer auf mich schief, dann drück ich mein Paddel immer Räuse. T-Bang. Oh, hier ist Spieler. Wo? Äh... 280. Da ist noch einer? Steht offen für euch. Noch einer auf MW. 280 steht offen für euch. Äh... Der hat eine schallgedämpfte AWM oder... M24 passt auf. Die tut gut aber. Und da Bene einen halb kaputten Einser Hillmann hat, ist Bene direkt drop. Also ich hab einem ganz gut gegeben, aber wir müssen los und das wissen die. Ihr müsst laufen denn, weil die tut weh. Oh, Leute, der legt mich, Dicker. Wo? Töt ihn. Wo ist er? Ich hab ihn nicht gesehen. Was? Ist ja genau vor mir. Der läuft jetzt auf 15. 15 hinterm Baum. Immer noch 15. Was? Ne, 355. Ah ja, gut. Jemand 2, das weiß leider auch, wo ich bin. Ich bin auf jeden Fall tot. Schade, egal. Ach nee, lebt ja noch. Hier mal. Aber nicht mehr lang. Das war's. Schade. Sieben am Leben, ey. Das war doch, das war doch, also dafür, für zweite Runde gar nicht so schlecht. Team Rang 4. Next one. Ja, ich war mit den Waffen nicht zufrieden. Da muss was anderes her. Da muss auch mal die Sahne raus, damit hier ordentlich reingedrückt werden kann. Der Klassiker Bene, Alter. Aber Bene, du hattest ja den Siegermantel an. Also eigentlich, äh... Hättest du es jetzt rocken müssen. Andere Leute sagen, den sollte man nicht anziehen, weil der zu auffällig ist. Ich hab keine Ahnung. Das ist der absolute, äh... Das ist so, Alter. Ich hab meine ganzen BP-Punkte draufgehauen, um diesen Scheißmatte zu kriegen, Alter. Und ich hab ihn immer noch nicht. Ich helf dir. Aber was hältst du denn von meinem neuen Hemd? Sieht super aus. Ich hab's mir noch nicht angeguckt, aber es ist echt super. Ah, Entschuldigung. Das kann ich. Da sagt er auch schon gar nichts mehr. Zack. Aus. Er hasst mich. Kennst du diesen Moment, wo man einfach nichts mehr sagen sollte? Genau. Ich hasse ihn. Mit dem möchte ich nicht mehr reden. Ja, ja. Hab ich verstanden. Sehen wir eigentlich auch mal eine andere Map? Ja, die Maps kommen random. Es gibt drei Maps zur Auswahl. Wir haben zum dritten Mal die Map. Ja. Die Map ist auch relativ nice. Boah. Ich schaue mich auch schon auf die Schneemap. Ja, Mann. Auf Test-Server laufen die schon, ne? Jo. Ich bin sehr gespannt, wie performant die nachher ist, die Schneemap. Wollen wir hier unten hin? Bei Nakam? Ben ist dabei, hab ich gehört. Was? Ben ist voll dabei. Wobei? Da können wir hin, ja. Was denn? Da war ich glaube ich noch nie. Da können wir besser K.O. gehen oder Fun Me. Ja, weil hier unten sind auch so Stege. Ja, dann gehen wir da hin. Stege find ich gut. Das war mir schon fast bewusst. Also ich wär hier für, ne? Druppi? Ja. Wär ich auch für. Ist einer mit uns? Nein. Nein. Ich würd dann auf jeden Fall noch mal gucken, ob da vielleicht ein, zwei Leute landen. Ähm. Ja. Du Wichser. Was soll ich sagen? Äh. Hat keiner gedrohen. Sorry. Ja, wir hatten vorhin auch noch ein Ligaspiel. Und? Hab ich das mal gekriegt? Nee, nee. Erste Map 6-0 und zweite Map 6-3. So hart verloren. Schade. Gewonnen. Ach so. Der spielt hier bei No-Aim, die wir gecastet haben. Das weiß ich. Ach so. So schlau bin ich. Ja ne, das hab ich jetzt nicht gewusst. Ah, Bene. Ja. Was ist denn jetzt? Kau-Lack oder was? Nee, nee. Dieser steht hier. Ja moin. Ja moin. Digga, wo steht hier Kau-Lack, Alter? Das ist in Thailand, Digga. Kau-Lack. Ja. Ja, man. Lack-Lackschu. Ja, man. B-Bene sagst... B-Bene sagst, ja moin. Für jeden Einstieg. Da ist der vierte. Siehste, bei mir spawnt es deutlich später. hast du diese grazile landung gesehen? ich bin genau auf dem steg gelandet ich weiß wie fresher wie du ich hab den steg gleich leer gelegt und du vor dir oben bist was war jetzt? der tropi hat eine kleine voodoo pumpe gefunden tropi tropi was passiert? komm mal her mein freund was passiert? komm mal her mein freund nein ich wollte dich nur erhören bruder was wolltet ihr denn damit aussagen? oder m24 also die schneider ja so ein lach hast du nicht also ich habe eine m24 ich weiß nicht was von euch ist aber das ist kein dummer spruch hier guck doch hier hallo guck doch ich steh doch hier bei guckst du mir an der hat die wirklich ne? der hat die wirklich ich hab sogar ein 6 fachscop dafür ja moin was ist denn hier los? ihr schießt euch jetzt nicht gegenseitig wegen der waffe oder? doch das ist ein myself hier also ich hab 6 fachscop dafür lass mal lieber nach nach caro gehen was die reden ne du hast maximal pipi in der hose bla 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 steht aber der waffe nehmt bei denen hallo? hier lag doch gerade eben noch ein m16 ich habe das genommen aber ich habe keine muni kannst du haben hier ah nice kauf ich lass uns mal beeilen ich stelle hier doch ein bisschen looten und dann schnell zur zone rennen ja aber ich hab nur das scharf jetzt ein gewehr jetzt ist es aber ihr lauft in die falsche... da looten ja ich glaub nicht hier doch eine wo ist die knarre hier ich brauche noch west und rucksack das wäre gut west und rucksack das wäre fein ja auch mit keiner munition hat auch 40 schutz hier bei mir liegt ne AK ich habe ne barrel ich komme da springen wir nicht so schlau ich will ne weste und einen rucksack danke rucksack danke visier oh hier ist ein spieler der hat was dickes alter oh der hat gerade ein ganz fieses ding von mir kassiert aber hallo ich glaube der ist erstmal raus der ist ins haus gelaufen hinten auf 140 mit der waffe ist er auch erstmal raus der hat doch jetzt gar keinen bock mehr der hat richtig einen brustkorb oder höher bekommen läuft hier auf der straße rum auf se 120 ungefähr hinterm haus 120 hinterm haus läuft jetzt 130 hinterm haus da wo ich bin oder was guck mal wo ich den ziel an die Pelli ist noch eine zweierweste bei mir ja hast du eine ja ich habe eine ja da siehst du mich gerade laufen okay ich verstehe da wo der wagen ist oh ich glaube der ist weg ja dem habe ich der ist platt der liegt da hinten der ist raus ja finish den finish den finish den direkt machen den dreck kaputt ja ich bin ja ich bin ja links von dir so hunter komm mal hier hinten hin wester 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 ja der ist dahinter beim benzin kanister danke ja und den kann man sonst hinterm haus 130 130 liegt hinterm haus bei dem roten truck liegt wahrscheinlich jetzt nicht mehr ja doch doch da ist keiner hin gelaufen ich bin ja der sniper ein kill ist ja tot ich will jetzt nicht sagen dass ich meine rolle perfekt gespielt habe ja alle also du musst aber laufen ne du musst laufen die zone kommt ja ich habe mich aber supported freunde aber die awm hat er schon was denn was denn ich brauche noch einen hut laufen wir so falsch der läuft auf jeden fall falsch ich lode den noch kurz wenn ich schaffe hut 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 nein bei ist ja eine sache aber ich brauche hut ey wir laufen ja alle völlig in die falsche richtung ooooh krass der hat auch ne m24 die hab ich mir grad mal schnell gegönnt ey das kann nicht sein hast du da auch einen oder was wer konnte da mehr weg anfangen Oder ich weiß nicht, was die machen sollen. Hörst du das, was die sagen? Ja, ja. Ja gut, entweder man kann das Spiel halt oder man lässt es halt einfach sein. Auto? Auto? Nicht vielleicht... Gott ist das weit. Ja, tschüss, AWM. Oh Gott, ist Auto bei mir? Ah, das ist ja Pille. Oh, hol uns ab, bitte. Let's go, der Hase. Tschüss. Schmerzmittel. Ja bitte, aber... Ich bitte nicht totfahren, ich kenne euch. Warum war doch noch kein Führerschein? Das habe ich auch gelesen. Alles klar. Fahr, 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 fahr. Fahr, 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 fahr. Ich will an den Tournament spielen. Mann, das Gaspedal ist rechts. Moin. Ja, sag mir das doch nicht, Mann. Ja, du fährst in die Kiste. Ja, aber schneller geht's nicht. Sammeln wir den Hunter da ein. Ich habe schon markiert, die Brücke, wo wir rüberfahren, wo es kurz weg ist. Hallo, Freunde. Da kommt er mit seinem... Schönen guten Tag. Da, die Schnecke. Rechts runterdrücken. Rechts. Filler, ich... Ich losse dich. Ei, 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 der kann ja gar nichts. Wenn er so weiter geht, sterbe ich nicht. Ja, ich muss bloß bis zur Straße und dann rechts. Nimm doch irgendwas in der Fahrt. Ja, in der Fahrt kannst du auch was nehmen. Ja, das habe ich ja gerade versucht. Wenn er nicht gegen was fährt. Solange er nicht gegen was fährt, ist alles gut. Äh, jetzt gerade jetzt durch die Straße, dann musst du nach links. Und die erste wieder rechts. Ui. Ja, so kriegst du deinen Führerschein nicht, mein Freund, ne? So kriegst du den nicht. Jetzt hast du rechts. Genau hier auf der Brücke werden wir jetzt geholt. Und zwar wie? Nein, nein, nein. Ich bin doch auch noch da. Komm, ich nehme meine Waffe in die Hand zur Not. So, dann droppe ich auch. So, jetzt gib mir erstmal einen Hut. Ich habe aber keinen Hut auf. Und keine Weste. Doch, Weste habe ich aber keinen Hut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann fahren wir weiter durch zur nächsten Zone. Ein bisschen Bootcamp dahinter. Ja, das war eben hier anhalten. Ja, hast du verstanden? Und wir haben uns erstmal heilen, alter. Hier ist gelootet schon, jetzt ein bisschen die enemies drin. Ja. Scheiß auf gelootet, Digga. Erstmal heilen. Wir sind alle half live. Ja, ich habe gar keine Idee, weil solche, mein Rucksack ist leer, ne? Immer so zur Info. Kill, aber leerer Rucksack. Ich brauche einen Hut. Sucht mir einen Hut. Hut, 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 Hut. Hut, 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 Hut. Egal, ich steig mir das Auto rein. Moin, meine zwei Zuckermäuse. Skipper, moin. Skipper, Mipper. Moin, moin, moin. Zack, einsteigen. Jetzt ist hinten drin. Ich wart hier. No, wart du mal. Ich merke das. Ach, die laufen weiter. super aber ich komme trotzdem noch ein paar mal gefahren kann warum uns die gönnen 360 ich war die fotzen um meine freunde wo steht denn genau die schießen genauso hat wie wir nur so was 260 einer pik die ganze zeit dazwischen den bäumen ja habe leider keine vision tut mir leid ja wir müssen vor allem weiter du bist voll hart gedauert wird bei mir seiner ich habe einen genockt ja ich bin genockt der läuft weiter ich bleibe hier oben liegen und versuche noch ein bisschen laber nicht jetzt kommt hier auch noch einer ich komme wenn er durchläuft komme ich du musst jetzt aber fix holen oh mein gott oh mein gott durch den nebeln headshot gegeben leute holst du aber wir müssen laufen wir müssen laufen wir müssen laufen die hauen durch die hauen durch die haben den nächsten ich habe drei lauf 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 ich habe drei leute erschossen da oben ist euch klar das bist du das ist auch ohne schmuck ich habe den ganzen trupp da oben zerfickt ja moin da oben liegt jetzt nur ohne ende ja die könnt ihr euch mal schnappen da ja der das die zote schon ich brauche jetzt trinken und die freunde ich brauche siebener moni und zwar reichlich ich habe alles in die leute eingekloppt ich kann dir nichts geben sorry was bene mag dein bord der ist klauschig und weich ja moin er chillt hier in der zone ist ja der wahnsinnig bringt er mir siebener moni mit und hut 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 ich warte hier hut hat der mal hut bei der gehabt er einer von denen hatten druck gehabt. Hier ist ja alles kaputt geschossen, Alter. Schon wieder so weit? Ich finde den Hut nett, der da. Also ich brauche eigentlich nur Zeug zum Heilen. Wenn mir da gleich jemand ein bisschen was scheren kann, wäre das cool. Keine Chance. Keinen Hut gefunden. Ja, ich laufe jetzt los. Also das schaffe ich sonst nicht. Ich höre die Schüsse schon wieder. Dicker, das ist aber... Aua, Aua, Aua. Ne, wie kackenfrech. Mit der Zone. Sauweit, ne? Das dumme Gefühl, dass ich langsamer bin wie die Zone. Also die sind ungewissig. Also die, die mit mir laufen, vor uns ist Klaus was, ne? Wollen wir uns raushalten? Ich hole euch. Ja, also ich muss direkt... Geht schlecht, geht schlecht, geht schlecht. Kommt ihr zu mir? Sauberfälle. Ich habe ein Fahrzeug mitgebracht, ne? Naja. Ich komme nicht raus. Kreis, ne? Jetzt haben wir das Fahrzeug nicht genommen. Weil ich dachte, ich... Geht fucked. Reicht aber, oder? Rechts neben uns sind zwei, ne? Ja, lasst... Rechts neben euch laufen direkt zwei. Einen ausgenockt. Einen gekillt. Ja, das war sein Mate. Ich habe sein Mate getötet, deswegen war das auch ein... Das hat sie jetzt geärgert, denke ich. Aber ich habe, ich habe halt nichts mehr, also ich habe kein... Ja, ich habe alles, komm, lauf einfach. Okay. Adrenalinspritze, Medipack. Adrenalinspritze sogar, Alter. Ja, ich habe alles da. Läuft bei dir. Ja, ich habe noch sechs Energies und so. Ja, ich habe auch noch. Und einen Mate getötet. Ich laufe gerade schneller als die Zone, das kenne ich ja auch gar nicht. Oh, Energy kannst du mir droppen, wenn du möchtest. Ja, unbedingt sogar. Ja, wir haben alles. Erstmal jetzt dick heilen, ich bin auch richtig gelitt, Alter. Ich schmeiße jetzt erstmal hier in den Stein. Hier in den Stein. Da ist es genau, vor uns ist ein Gegner, Romano, vor uns. Hill, Hill. Bisschen links, bisschen links. Aber ich muss mich erst heilen, ich kann nichts machen. Du schmeißt gleich ein bisschen was hin? Ja. Wo hast du den gesehen? Wo? Hier ist, hier ist genau links von mir, 295. Hier. Der ist bei mir! Dann gelangt. Shit. Oh, der finisht mich, der finisht mich. Ja, warte, Bidem. Der lootet mich. Der lootet mich. Hab einen Noct. Der lootet mich. Auch meine Leiche wäre, ne? Ich hab gerade einen getötet. Der ist down, ist down, ist down, ist down. Ja, das war der. Lootet mich, loote mich, loote mich. Ich hab vierfach, ich hab vierfach und sonst soll's. Und mein Helm müsste noch eigentlich gut sein. Immer ich, Alter. Ich hab mir das sechsfach genommen. Wegen der Sniper. Hier ist auch noch ein sechsfach drin, Bene. Hier bei mir. Ey, ihr beiden, lauft. Lauft zur Zone. Die Zone, die jetzt kommt, tut weh. Phase vier. Noch 14 am Leben. Aber ich muss mich trotzdem nochmal heilen. Ich hab auch noch nicht viel Leben. Vor mir ist ein Airdrop. Ich hab auf jeden Fall viele Energies. Kann ich mal, ich dropp jetzt mal ein bisschen was wir für euch machen. Ja, danke. Acht Energies, Digga. Hier, ich droppe gerade 5er Moon. Oh. Das war ein bisschen viel. Bitte mir was zurückgeben. Danke. Ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Du musst Dreieck dafür gedrückt halten, Bene. Dann kannst du Handfall droppen. Hier ist, äh, also der Lootjob ist auf 325, ne? Der ist aber gelootet, Digga. Der smogt nicht mehr. Das hab ich gelernt, ähm, muss er nicht. Kann auch sein, dass der nie gelootet wurde. Der hört nach der Zeit auf. Der hört auf, äh, ja. Echt? Ja. Okay. Oh, da oben laufen noch welche. Über, über dem Lootjob. Seht ihr, so. Drei Stück. Vier Stück. Damien Morando. Einer, der Hinterzahn hat ein Hit. Noch ein Hit. Wir wissen nicht, von wo wir schießen. Aber jemand anderes schießt auf uns. Rechts von euch. Rechts von euch. Rechts von euch. Aua, aua. Du stehst richtig mies, ne? Du zeigst dich jetzt links denen. Hab ein. Der war alleine. Der war Insta. Der war Insta down. Hat hier mal was zu heilen, Digga? Ja, also die Energies. Ja, ne, ich hab voll mit dem, mit dem grünen Zeug, mit dem gelben Zeug bin ich voll. Komm her, komm her, komm her. Ja, dann musst du kurz warten, Bene, weil das, das, das zieht dich halt dann wieder hoch. Okay, ja, dann lass. Also da deine Boostleiste komplett voll ist, Bene rennt so schneller und er heilt dich komplett voll. Bene, ich hab dir hier Verbände gedroppt. Ja, er kann sich eh nicht heilen, Digga. Verbände hab ich selber, Digga. Er hat die 70 Prozent voll. Ja, Digga, dann musst du einfach nur zwei Energydrinks geben. Hat er schon. Ja, er ist voll. Er ist voll. Okay. Warte mal, vier auf dem Berg sind wir noch. Schade. Hör mal, vier, drei, sieben. Jungs, die Zone, ne, wir müssen move'n. Ganz oben auf dem Hill stehen die, ne. Naja. Aber die haben Probleme, die haben richtig Probleme. Ja, aber alles, was jetzt an Zone kommt, tut richtig weh. Komm, wir haben da unten ein Haus. Okay, ich komm mit. Lass da hängen, gern. Drop, bist du auch da? Ja, ja, aber bei mir ist einer. Soll ich zu dir kommen, oder was? Da ist er am Stein. Bene, 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 der war am Stein. Drop, der steht da am Stein. Der steht hier irgendwo am Stein. An welchem Stein? Ja, 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 ja. Find's nicht mehr gleich. Ich komm drauf. Der flog, der ist alleine. Ne, ne, dahinter ist noch einer. Ja, aber das ist, glaub ich, der ist ein Leuchter. Ja, aber das ist, glaub ich, der ist ein Leuchter. Hat ein Hip. Schlecht, du nicht. Die Zone, Mann. Boah, ich bin sofort gefallen. Holt mich noch. Fuck. Zone, Digga, ich kann dich nicht holen. Ich geh drauf. Sonst bin ich nicht. Nein. Da kommst du nicht durch. Fuck. Ach, weil ich mich jetzt verschätzt hab mit der Zone. Ach, scheiße. Der hat mich sofort instant gold. Ah, ich hab richtig geilen Scheiß. Schade. Entweder AWM, AWM oder 24. Komm nicht zu mehr, komm nicht zu mehr. Ja, ich krieg auch Hitze. Ja, ich hab Probleme, Digga. Ich hab richtig Probleme. Der ist bei dem Lassort bei der Lassort bei der Lassort. Warte mal, warte mal, bitte, warte mal. Friedrich, bitte, warte. Aus der Halle. Aus der Halle. Ja, nee, ich bin down. Ja, mich hat er auch sofort geholt. Fuck. Der ist rausgelaufen gerade. Er ist rausgemuft, er ist rausgemuft, er ist rausgemuft. Die laufen vor dir her, Digga. Die laufen weg von dir. Oh, die Zone. Ja. Beide laufen davor, okay. Nach sieben am Leben. Jetzt dropp. Nee, ne, tschüsschen. Die krann dich. Ich krabble einfach an die Zone droppen. Die laufen jetzt den Hill hoch, dropp. Ja, ich seh sie. Dropp ist vor mir. Die sind direkt vor dir. Scheiße. Oh nein, das war nicht gut. Ich hätte das verkackt. Kann man leider nicht anders sagen. Schade, schade. Schade, gut gespielt. Dritter. Dritter Rang, ich hab vier Frecks. Wie viele habt ihr? Eben vierter, jetzt dritter. Ich hab zwei. Easy, Digga. War ne gute Runde. Schade. Den einen hätte ich vielleicht ziehen müssen, dann hättest du den, dann hätte ich nicht geholt. Weil ich hab auf den geschossen, ich weiß nicht, ob es vielleicht auf so einem anderen war. Keine Ahnung. Egal, war geil. So, Friedrich, hallo, entschuldigung. Gute. Andi, wie ist das? Schön, dass ihr beide da seid. Ja, ausschuldigung. Habt ihr beide eventuell Lust mit mir auf Rainbow Six Siege, da ihr morgen ja leider nicht da seid? Ja, heute nicht mehr. Wir zocken jetzt hier mit den Jungs ein bisschen PUBG. Aber die Tage können wir das bestimmt irgendwann mal machen, Digga, das ist kein Problem. Ich geh kurz an den Rauch. Ich bin leider vom Sonntag bis, ich bin leider entweder vom 23. bis zum 28. oder vom 23. bis zum 29. bei meinen Eltern. Aber habt ihr vielleicht zu Silvester Lust? Ja, da kann man doch danach das gut einlegen. Das läuft, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Cool. So, die Bene ist kurz raus, noch eine Rauchen, ich geh mal kurz zum Bene, bis sofort. So, die Bene ist kurz raus. So, die Bene ist kurz raus, noch eine Rauchen, ich geh mal kurz raus. So, die Bene ist kurz raus, noch eine Rauchen, ich gehe mal kurz raus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Oh, da ist ein Näh drin, aber. Ich glaube, das ist im Haus, da hinten ja, im Haus. Ja, ja. Gib ihm. Keine Wester. Links im Eingang. Blatt nach, Digga, blatt nach, vor dem Blutschuss. Oh, Mano! Boom, schakalaka! Du warst sofort tot, oder? Nee, nee, der war nur genossen. Wo war der am Haus? Ich sehe es. Kurz Tür zugemacht, ja, okay. Willkommen, Digga, ja, moin. Die werden ihn wiederholen. In dem vorderen Haus waren auch welche, pass auf. Nee, ich bin voll müde. Also, nee, ich bin nicht müde, ich habe eigentlich Bock, Alter, zu zocken, aber. Kein Bock, jetzt hier die ganze Zeit rumzuschreien, die müssen sich ja konzentrieren, die zwei Monke, sonst wir gewinnen die ja nie. Da, ich habe... Wir müssen eh in die Richtung, eigentlich. Wir sollten jetzt gleich auf jeden Fall move'n. Ja, ich move'n, ich habe keine Wester. Ey, an sowas kannst du nicht hängenbleiben. Ah, wenigstens einer, der Bester. Gut, drehen wir uns gleich rum und holen die, hm? Was hast du denn da für ein Gewehr, Romano? Was ist das? Das, was du hinten auf dem Buckel hast? K98. Ist das die Kubizat, ja? Ah, K98. Ja, die ist die Sahne, ich drücke die raus, ne? Die drückt die Sahne raus, ja, moin. Deutsch halt, ne? Alt. Hier hinterm Baum, da, guck mal, Romano, genau da unten ist einer. Da kannst du schön reindrücken. Oh, das war gar nicht so verkehrt. Oben, da ist noch einer. Drei Stück auf dem Hang vor euch. Oh, Rumi, das war nicht schlecht. Bisschen weiter vorzielen. Ja, die move'n, Digga, die werden nicht stimmen bleiben. Romano, sexy, ma fucker. Alter, was du da draufdrückst, meine Kugeln gehen voll runter. Ey, der Romo ist ein richtig geiler Ficker, Alter. Wie der da reindrückt, dick und tief rein, die Olga. Oh, das war nix. Du bist leer, Digga, musst die Wacht wechseln. Da ist keine Munition mehr. Die müssen aber zu uns kommen, ne? Ja, ja. Guck mal, ich werde voll angefeuert in dem Chat. Kommt, Jungs, Wiener, Wiener, Chiquendina. Kommt schon, Jungs. Nur noch 25 am Leben. Da unten läuft der Romo. Am Haus unten war er schon. Rechts. Genau, es war halt auch welchen, ne? Digga, der ist richtig gelitten da hinten. Du musst weiter vorziehen, Digga. Ja, ich glaube, da dezimieren sich jetzt einige. Da können wir ja vom profitieren, Freunde. Jetzt müsst ihr clever spielen, clever spielen, ne? Auch wenn ihr das nicht seid. Clever. Unter euch. Oh, unter euch. Genau, vor dir. Genau. Der ist auf jeden Fall direkt weg. Der hat ja gar keinen Bock mehr. Da unten am Haus. Roman, hast du gesehen? Hm. Bleib zusammen, Jungs. Macht jetzt Teamworkplay. Leider nix zu sehen. Ja, Zone ist gut. Die müssen zu uns. Die müssen zu uns. Ja, da kann man auch gleich mal eins, zwei Nails runterdrücken. Da unten am Fenster. Ne, doch. Das war ein Blatt Papier. Entschuldigung. Kommt, Jungs, konzentrieren. Auf geht's, ab geht's. Reden die Olga Vollgas. Jahu. Also der Chat ist auf jeden Fall bei euch, Freunde. Jetzt müsst ihr hasseln. Holt jetzt sofort den ersten Winner-Winner. Andi, der neue E-Sportler. Was heißt denn eigentlich der neue? Ja, der hat das dein Spiel hier. Ich merke das. Ich habe meine Zeiten weit hinter mir. Das stimmt. Auch schon festgestellt. Bist lost. Ando gleich Andi. Hier, Moin. Also von hier aus kommen ja auch die ganze Zeit Schüsse. Auf den Berg. Das Ende ist auf den Berg. Ist auch schon... Ja, da werden wir wahrscheinlich auch schon welche geiler haben. Eklig, ne? Vielleicht solltet ihr euch ein bisschen zurückhalten. Wie gesagt, noch zwölf Gegner, Freunde. Ja, oben auf dem Berg ist heftige Action. Da ist es auf jeden Fall. Party-Sahne. Das scheint schon nicht. Das Grundproblem ist, lass uns hier an den Stein gehen. Und lass uns nach hinten gucken. Die werden kommen. Die müssen über den Berg da vorne kommen. Ja, wenn du mit deinem Pech hast, bist du von der Seite gezogen, dann ist es ausgemacht. Ja, Romano ist auf jeden Fall ganz nervös. Ich glaube, wir wurden dann gesehen, Romano. Wir können halt aus allen Richtungen gerade gerusht werden, ne? Ja, das ist wie ein Gangrape dann, ne? Schmeckt nicht gut. Aber die kommen nicht von vorne. Also es tut dir schon so weh, die Zone. Da oben ist eine Romano. Da oben ist eine Romano. Andi? Ja. Hast du gesehen? Ja. Der ist genau vorne am Baum. Von mir am Baum. Aber der hat euch nicht gesehen. Na gut, jetzt schon. Komm, man. Wobei du schießt mit Dings, ne? Mit Schalli. Ja. Oh, Mann. Das muss ich aufpassen. Oh. Fuck. Handgranate hat mich voll erwig. Die habe ich nicht gesehen. Der Romano hat denselben getötet. Kannst mich... Also denk dran. Ich muss mich nur gleich in die holen. Ja, den musst du nochmal hoch. Da ist er. Kommt auf dich. Zu. Schön gedeckt. Ich habe jetzt kaum noch Leben. Also wenn jetzt leider. Kann er ja nicht, wenn er dich jetzt holt. Schön. Jetzt. Komm, 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 komm. Ah, das ist zu spät. Das war... Nicht nachladen. Schade. Ich habe ganz viel Zeug. Loot mich. Der ist tot gewesen. Oh. Zwölf am Leben. In dieser kleinen, verfickten Zone. Entschuldigung. Da ist er. Direkt nach dem Stein. Links. Überall. Oh, das ist ein bisschen los, Digga. Ja, moin. Wie entzieht, Digga. Oh, die Zone kommt. Egal, das liegt. Da ist der andere. Beim Stein oben. Beim Stein oben. Alter. Oh, Romano. Fickst dein Leben, Alter. Bumsi. Muss ich jetzt halten. Oh, da bist du wieder gefickt. Jetzt hüpft mir irgendwo in die Ecke und du schlafst mal eine Runde. Legt hin. Nehmen wir irgendwas. Ne, ne, ne. Zone kommt. Zone kommt. Ja, der muss etwas nehmen, Digga, sonst ist der los im nächsten Fight. Ne Butterbirne. Komm, Zwiebelmesser. Du musst laufen. Ja, das geht noch. Oh, das geht noch. Oh, das geht auf jeden Fall noch. Ja, das geht. Das geht aber noch. Das heilt voll. Jetzt run, Bro. Geil. Links, Romano. Links. Alter. Du musst nochmal move ins Recherlich. Drei Gegner noch. Mach langsam, Digga. Ja, wenn das ein Team ist, bist du mit dir. Hier liegt nochmal der ganze Geflug. Ja. Wenn du noch was hast, trinkt alles rein. Auch Energy, alles rein jetzt. Oh, Freunde. Hast du noch Energy, Bruder? Ja, genau. Trink nochmal einen schlammer Schluck. Absturz. Nicht springen. Hopp, Bruder. Beide leise sein. Da. Chill noch. Ich glaube, das ist alleine. Nein, geh nicht hin. Du siehst dein Bein am Stein. Mhm. Ich muss aber. Geh noch einen vor. Geh noch einen vor. Ich habe aber keine Nades, Alter. Mach langsam. Es sind noch drei Leute. Da ist der Nade. Lass die sich killen, lass die sich killen, die Mongos. Nee, der hat auf die. Das ist zwei. Der hat das ein Team, Bene. Oh je, der hat viel Spaß. Romano gegen drei. Ja, moin. Der hat er gerade eben auch gemacht. Kein Ding. Ich muss den ersten einfach wegklatschen, ohne dass es... Scheiße. Ich glaube, die habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ja. Oh, der war gut. Schade. Der war eigentlich gut, der Schuss. Nee, du triffst den Baum. Den kommen wir jetzt noch von links. Nimm eine andere Waffe. Nee. Nee, kann nichts machen. Schade, Digga. Weiter geworden. Good Job, Bro. Zehn kills, Bruder. Zehn kills. Ich hab null. Oder drei. Zehn kills. Shit, Nigga. Häftig, Mann. Häftig, Mann. Was, 16 kills hast du? So. Nee, nee, insgesamt. Ach so. Oh, ärgerlich, Digga. Wie bin ich verstanden? Ich weiß es nicht, Wolf. Ja, es war geil. Aber ich bin für heute jetzt erst mal raus, Jungs. Ich hätte meine Mate aufheben müssen. Hätte die nicht schmeißen müssen. Nee, alles gut. Damit es eingedownt wird. Alles gut. War geil. Bene leise sein, Andy leise, sonst rast ich aus. Spaß geht in die Sahnesauce. Ja, es war richtig geil. Das müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Das war richtig gut. Ja, also ich werde jetzt... Haut ihr auf jeden Fall mal rein? Dann kommen wir noch ein bisschen dann. Seid ihr noch online, Pille und Robby? Ja, ja, ich bin auf jeden Fall noch da. Ich mache mich auf jeden Fall jetzt erst mal heim. Ich darf ja früher. Dann kommen wir gleich noch mal rein. Ich schreibe euch dann. Also euch erst mal. Macht's gut. Bis später. Ciao, ciao. Auf jeden Fall. Tschüssi. So, und jetzt auch noch mal an den Stream. Ihr sollt ja auch noch verabschiedet werden. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. War richtig geil mit euch. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Macht's gut. Das ist der Bene. Ich bin Andi, Gamecatering und ihr seid bereit. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.